Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fakke Alice 19 auf der Hof Bergmann. So das Feld müssen wir noch düngen. Wir haben ja schon mal die Stelle ausformen, aber schon mal GPS aktivieren. So, zack, Null, zack, Linien an, maximale Arbeitsplatz, gucken wir mal. So, wo haben wir die denn jetzt hier? Ah, da. Da sind die Linien. Die schubsen und schubsen und schubsen und schubsen. So, da haben wir es. So, jetzt starten wir los. Das Feld war dann noch zu düngen, da sind wir eigentlich nicht so weit durch. Gucken wir mal. Bei der Zeit, wo der fährt. So, zack. Da ist es gepflegt worden, aber sonst ist alles dunkel. Genau. Ich muss ja da oben wieder Sachen verkaufen dann. Darum werden wir uns dann hier erstmal darum kümmern. Dass ich wieder hier gießt, dass Ananas ein bisschen was um die Leute bringe. Aber erstmal das Feld fertig machen. Ich habe noch Sojabohlen habe ich. Und dann noch. Sag schon. Waps müsste ich noch reiflich haben. Hier schon die 60k haben. Und das würde ich dann schon mal unten die Leute bringen. Dann habe ich noch verschiedene andere Produkte, die ich so nach und nach produziert habe hier. Wie ich dann ohne. Aber das werden wir gucken. Vielleicht mache ich so einen Livestream, wo ich wieder dies, das mache. Vielleicht müssen wir noch Tiere versuchen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich dann eigentlich geplant habe, noch nach der Aufnahme zu streamen. Hier der Steam wird es leider für euch nicht vorbei sein, wenn ihr das seht. Weil das Händerschleidigethema ja bei mir. Damit ihr jeden Tag ein Video habt, muss ich ein bisschen in die Vorproduktion gehen. Und daraus erschließt sich halt, dass gewisse Sachen sich überschneiden. So, let's go. So, lassen Sie sich mal fahren. So, lassen Sie sich mal fahren. Jetzt geht's mal hoch. So, lass ich mich mal hin. So, ich mache euch jetzt mal. So, lassen Sie sich mal hin. So, lassen Sie sich mal hin. So. 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 Sooo, der Hälfte haben wir jetzt, das Ding ist immer beim Sprühen etwas höher, warum Entweder liegt es an der Inksbums oder mein Internet spackt wieder mal eine Runde ein bisschen rum, oh kein Platz war für Kühe, muss ich mich dann auch drum kümmern, aber ich würde sagen, das machen wir Eventdoodle im Steam. Ich war ja sehn, dass ich wirklich Geld um die Leute bringe, oder erst mal fertig dünge, dann sehen wir weiter. Das mit einer EZ für Euro's Kosten. Da werden wir es mal sehen. Ich habe ja Wolle zu verkaufen, noch reichlich. Und so weiter und so fort, wenn wir hier bis zu drehen. Oh, und Ataque. Und so weiter und so weiter. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und die vorletzte Bahn, die hat eine ganz voll, wird ja bloß eine halbe Bahn, die man da mal ganz der Kreuz So, haben wir das gleich geschafft Jetzt haben wir so eingepigelt, dass man kann und muss die 50 schießen Bei Gestellung wird etwas verschnipst, aber sonst im Kurs sind wir so um die 45 Sieg Warte geht's Das geht mit dem Verben Drei Vielen Dank. So, ich würde sagen, ja, bin ready. Wir holen aber nochmal hier. Ups, Alter. Ich wollte gerade nicht drüber übeln. Aber das können wir schon mal alles machen, das brauchen wir nicht mehr. So. 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 Da steht auch noch da rum. Jetzt machen wir schon die Düngerspritze sauber. Dass wir die schon mal aufräumen können. Hopp. Schlepper machen wir nicht gleich. Machen wir gleich komplett Reinigung. Schlepper hat auch viel Wasser verdient. Haben wir schon lange nicht mehr sauber gemacht. Oh, did they... so, hinter, auf das hintere Teil Oh Dillier Ich habe noch nicht das Gewicht von dem Ding gefunden. Wenn ich in der Garagenübersicht schaue. Garage. Ich weiß es jetzt. Ich zeige. Wo sind die Gewichte? Noch nicht mehr da. Noch nicht mehr. Ich habe auch vor, dass die Mike verkauft hat. Jetzt gehe ich noch einmal ab. Nein will ich nicht. Gewichte. Da steht auch noch nicht drin. Von dir Peck. Was ist denn das hier? Ich habe eins. Aber wo ist das? Die Anzeige habe ich eins. Das ist ja noch wo? Agro, agro, agro. Ich habe vorhin einen kleinen. Es liegt noch unten drunter. Hier ist es. Hier ist es. Wo bist du? Wo ist es? Wer hat es gesehen? Bitte melde dich. Gewicht. Ich weiß echt nicht, wo ich das abgekuppelt habe. Ich habe schon die Vermutung, wo ich es vermutet habe. Habe ich geguckt. Hier ist es nicht. Hier können wir eine Reparatur vertragen. Reparieren. Jawoll. Zack. Dann kommen wir 3,50€ weg. Das ist fast leer. Jetzt haben wir gerade noch einen Strand. Oder bist du ein leer Festlein? Das scheint leer zu sein. Bei hier wo es sonst eigentlich immer ist, steht es auch nicht. Die Förder scheint leer zu sein. Hier ist nichts drin. Hier wo es sonst ist. Oh, was ist das? Das ist eh ein kleines Gewicht. Oder so groß wie es jetzt ist. Da sehe ich es auch nicht rum. Hier ist nichts. Hupala. Werfen schiefgegangen. Werfen schiefgegangen. Gucken wir mal hier. Weil sie ist hier rumgesprungen. Was ich hier irgendwo abgemacht habe. Hier sehe ich es auch nicht. Ich habe es hier nicht. Das ist gar nicht. Es gibt nicht. Aber jetzt, ich habe es einfach ausgelassen. aber da ist nichts. Hier wo ich es noch vermutet habe, aber ich verspreche, weil wir immer hier sind und haben. Da muss ich noch andere Sachen machen. Jetzt fangen wir ganz kurz hier. Dich nicht, Dich nicht, Dich nicht, Dich nicht. Ich mache Steinsauber, die ich hier nicht habe. Wir brauchen jetzt gleich nochmal 30k getrocknetes Getreide. Denke ich mal. Das Gasputtel ist noch da. Die Unterhaltung hat das S&T Gewicht. Am anderen bin ich noch dran, ist noch nicht fertig. So, aber ich sehe gerade hier sind fertig. Mit der Folge. Denn der Tachometer zeigt mir nämlich schon wieder, wir sind am folgenden Land gelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst keine Dämpfen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jahr so.